Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So, wir sind hier wieder im Süden unterwegs und haben im letzten Paar noch unsere letzte Besenverbesserung erhalten. So, und kann jetzt schauen, dass wir hier fertig machen soweit. Uh, da gibt's ein paar böse Jungs. Inferi. 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 Da müssen noch mehr... Boom. Die sahen auch schon mal besser aus. Expelliarmus! Rebellion! Oh, alte Magie. Ja, wir hoffen uns halt schon noch. Nummer 1. Und wo sind hier die Gegner? Ich sehe überhaupt kein Gegner. Da sind wir noch mehr in Fieri. Da haben sie sich gegenseitig vernichtet, okay. Ah, da hinten. Da hinten sollen die irgendwo sein. Nummer 2. Demi-Geist-Starter müssen wir auch noch suchen. Oh no. Oh no. Okay. Gut. Immerhin. Und noch immer kein Labyrinth. Ups. Das war tiefer als gedacht, offensichtlich. Deine Reise ist beendet. Schön. Daneben so. Wir wollen jetzt zu den Pennern da unten. Wie auch immer man da hinkommt. Aber hier sind Ballone. Und eine Landeplattform. Und schön daneben gelandet. Das wird super. Also. Haben wir wieder ein Leveler. LoL Wie sollen wir denn die dort drauf bekommen? Gut. Das schauen wir uns sicher ein anderes Mal an. Wo sind diese Penner? Gibt es Flohflammen? Nein. Komm, Karte, Karte. Ach, man sieht die wieder nicht. Da ist ein Ehrgarten, ein kleiner, mit noch mehr in Ferry. Wir sind genau hier unter uns. Wir sind auf dem Weg zu ihnen, glaube ich. Äh, hä? I don't think so. Keine Zeit. Herr des Hauses. Was auch immer hier passiert ist. Oh no. Ah, da waren wir schon. Ah, da gibt es irgendwas zu tun. Mit Flippendo müssen wir hier irgendwas machen. Okay. Das habe ich mir wirklich schon gedacht, irgendwie. Das hat sich eben jemand an der Nekromantie versucht. Hol ihn dir. So, wir müssen da runter. Ja, genau, hier sind wir. Oh, hier waren wir doch schon mal drinnen. Hä? Wir waren doch schon mal hier oder nicht wegen irgendeiner Quest. Gringotts Bank. Antana und Frutine. Unsere Kunden haben angedeutet, dass einer ihrer Vorfahren wieder ein Teil des Familiensvermögens begraben worden sein könnte. Es besorgt, dass es gerade verflucht sein könnte. Dick. Möchte, begeben Sie sich zu den Orten auf der Karte. Brechen Sie alle Flüche, die Sie dort finden und holen Sie alle Wertgegenstände im Namen der Familie zurück. Sollten Sie das brauchen, schreiben Sie mir bitte persönlich. Fluchbrecher der Gringotts Bank. Ich weiß nicht mehr wegen was, aber wir sind wegen irgendwas schon hier drin gewesen. Weiß nicht, war das... Nein, das war nicht das mit dem Medaillon, was wir drauflegen sollten mit auf den Sarg, oder? Wir haben ja die Flohflammen hier schon aktiviert gehabt. Also waren wir fix schon hier drin an. Den Knochen nach zu urteilen, muss das ein Grab sein? Äh, surprise. Wer hat denn das verraten? Mr. Ruthering, falls ich es nicht schaffe, bitte ich Sie dringend all meine, um Thanos' Aufträge zum Brechen von Flüchen zu überprüfen. Wenn Thanos heutiger Verrat und Zeichen sein sollte, vermute ich, dass Sie einen Teil all unserer gefundenen Schützer behalten und nur einen Bruchteil davon an Gringotts gemeldet hat. Oh. Oh. Aber die ganzen... Eben die ganzen Truhen hier haben wir schon geöffnet. Oh. Spidey. Nass ich jetzt immer hier gewesen. Ja, genau, hier werden Schmetterlinge zu suchen. Interessant, dass hier drin auch noch eine Sidequest war. Ach ja, da ging es... Ob man an die hier geht, setzt er. Oh, das interessiert ihn recht wenig. Wer will noch mal, wer hat noch recht? Wer will noch mal, wer hat noch recht? Hättet Ampeltor noch Harry mal gesagt, das ist die Inferi-anfälligsten der Feuer. Ja. So, und die sollen wir jetzt mit Flipendo drehen. War es das schon? War es das schon? Was anderes? Nee. Was müssen wir dann tun? Kann man die drehen? Die kann man drehen, aber das weiß er nicht. Okay. Ähm... Sammlungen, oder? Ist das hier? Nee, okay. Nehmen wir ein Tag. Nehmen wir ein Tag. Ja, super, ohne der Karte kann ich jetzt nichts machen. Vor allem, der zeigt... Achso, hier... Ja, warte, hier drinnen ist. Gut, Auftragsgegenstände. Musst du halt auch mal wissen. Ah, okay, jetzt müssen... Ja, okay, jetzt ist klar. So, das Falsche... Das hier... So. Okay. Gut, schauen wir mal, was wir noch zusammenbringen in diesem Part. Gehen wir wieder hierhin zurück, weil da ist noch eine Prüfung gewesen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Oh ja, eins, zwei... Oh ja, eins, zwei... Wo ist noch mal drei? Da hinten. Der ist am längsten... Der ist am längsten... Da haben wir noch eine... Da haben wir noch eine... Und dann wird noch eine Prüfung... Das ist am längsten... Und dann... Die... Er sagt... not... Sie ist am längsten... Das war mal einfach. Da oben ist das letzte. Nope, das war nicht richtig. Das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.